Moin zusammen, wir sind wieder hier auf Eiersuche. Wir sind jetzt in Witchview, sehe ich gerade, weil wir hatten mehrere Maps gewählt gehabt. Und ja, das Spiel hat sich Witchview ausgesucht. Ich schnapp mir meinen üblichen Kram. Was haben wir denn? Ist das Heavy Rain? Kann schon sein. Mal gucken, haben die alle Eier hier draußen gefunden? Sieht so aus. Ja, es ist Heavy Rain. Wir haben den Donner. Donner, weg der. Oben ist schon jemand. Nee. Versteck. War hier ein Ei? Nee, aber ich glaube, hier drin war doch ein Ei, oder? Nee. So, wir spielen auf Intermediate, weil das ein bisschen einfacher ist. Es geht ja nur darum, dass alle die Badge bekommen. Und das ist jetzt der Account von meiner Mutter. Aber mein kleiner Bruder spielt damit gerade, weil sie kurz was vorbereiten muss. Licht aus, Licht aus. So. Mal schauen. Hinter der Tür ist nichts. Ist ja gar nichts in dem Klo. Ah, sind wir schon abgefarmt worden. Okay. Oh, hier ist auch in der Knochen. Hier oben ist schon alles abgefarmt, wie es aussieht. Dann gehen wir mal zum Master bei Trüben. Hier ist auch kein Geist. Zumindest hat es den Schein. Also, ich habe das Gefühl gehabt, die ganze Zeit irgendwelche Klopfgeräusche aus dem Keller zu hören, aber das Parabon hat nichts angezeigt. Okay, dann können wir ja nachher mal im Keller gucken. So, dann checken wir mal den Master-Bedroom. Ah ja, hier war ein ganz Sneaky-Eye. Das hier mit dem Schrank. So. Ähm, hier unten ist eins. Hier ist eins. Hier ist eins. Hier ist nix. Da ist noch eins. So, dann gucken wir mal, ob hier noch was ist. Ich hoffe, uns fliegt uns gleich nicht der Breaker um die Ohren. So, drittes Licht. Ich wusste es. Sorry, war mein Fehler. Hier sind drei Räume. Ich glaube, ich habe hier aber alle. So, machen wir hier aus. In der Garage ist... Hinter den Autos aber... So, dann gucken wir mal. Okay, ich gehe mal kurz im Keller nach dem Geist schauen. Oh, unten Karten. Was hattest du? K.O. Karten. Ja, die habe ich schon fotografiert vorhin, als ich reinkam. Are you here? Show us. Ich brauche ja noch den Hangman. Are you here? Ja, die können wir ja nachher am Schluss dann machen, wenn wir alles durch haben. Ah, die Eier sind schon weg. Die Klöteneier. Das ist kein Versteck. Aber hier unten im Keller sieht alles aufgeräumt aus. Hier wurde auch nichts geschmissen oder so. Are you here? Show us. Are you here? Ich weiß noch, hier hinter dem Klavier war eins. Das haben sie aber auch schon gefunden. Hier in den Ecken ist schon alles. Gucken wir nochmal hier kurz. So, okay. Hier war eins, das weiß ich noch. Und ich glaube, hier hinten war auch eins. Okay, ich glaube, er ist in der Küche. Okay, dann komme ich mal mit meinem Zeug darüber. Hast du ein Thermo dabei? Nee, ich habe nur EMF, UV und Fotokamera. Ich brauche mal ein EMF. Aber ich glaube, dass ich eben hier was gehört habe. Also aus dieser Richtung auf jeden Fall. Show us. Are you here? Ich hole mal eben einen Thermo. Ja, ich lasse auch mal ein paar Items hier liegen. Gucken wir mal, wie viele Eier noch fehlen. Ein Ei fehlt auch noch. Das war mal wieder klar. Das eine Sneaky-Ei habe ich schon gefunden. Ja, das ist im Schrank, ne? Ja, ja. Oder ist hier draußen? Schau mal, was ist das? Das ist ein Ei. Vielleicht. Ich sehe nichts mehr. Keine Ahnung. Nee, das hier in dem Stuhl ist auch weg. So, hier haben wir vier. Nee, vier kommen wir ran. Küche. 16. 17. 21. Okay, dann ist er wohl hier. Das ist 22. Ja, ist er doch oben. Könnte doch oben sein. Ich habe mal ein Salz hier hingetan. Ich hole mal Sensoren. Also, wenn es da hinten so warm ist, dann vielleicht ist der wirklich im Eingangsbereich. Da mit irgendwo am Rundchen. Ähm, Sensoren, Sensoren. Die besten Freunde. Wenn es da hinten geht, den Geist zu finden. Wenn alles andere versagt, vor allem. Also, packen wir einen hierher. Dann oben, sagte sie, aus der Richtung her. Ja, hier sind glaube ich keine mehr. Kann es aber trotzdem nochmal durchschauen. Oh, es ist ganz schön. Ja, hier sind glaube ich keine mehr. Kann es aber trotzdem nochmal durchschauen. Die kann man ja oben und unten verteilen. Okay, er ist in der Garage. In der Garage? Ah, okay. Ja, Garage. 1 Grad, 0,3. Ist ja jetzt ganz woanders. Das ist ja eine ganz andere Richtung. Ich habe die ganze Zeit immer irgendwas klopfen gehört. Sorry für die Lacks. Sorry. Es laggt immer mit den Kameras. So, dann schauen wir mal. So, hinter den Autos ist auch in den Schränken auch ein Versteck. Äh, ich komme jetzt auch nochmal vor unten. Sonst helfe ich mal einrohen. Kannst du den Sensor oben mitbringen, den ich dahin getan habe? Weil den habe ich vorhin dahin getan, um den zu finden. So, uns fehlt jetzt immer noch ein, äh, eine. Ja, ich glaube eins fehlt noch. Okay, ich hole mal eben eine Taschenlampe und suche das noch. Den Sensor kannst du hier irgendwo reinpacken. Oh, der hat das Licht ausgemacht. Ist das ein Event? Jupp, Airball, kein Oni. Schon wieder. Hallo. Tschüss, Sanity. So, was haben wir noch? Wir haben noch Salz, wir haben die, wir haben noch Sensoren. Okay. Gehen wir das mal hier hin. Achso, da ist keines mehr. Hallo, Füßchen. Na, Mann, wo läufst du denn hin? So, dann brauchen wir noch Sensoren und die Kamera. Hier ist noch ein Sensor und noch ein EMF. Oh, da ist noch eine Kamera. So, dann gucken wir mal. Das EMF kommt da hinten hin. Wenn ich jetzt draufgehe, ist es eh nicht so schlimm. An die Autos kann man die dran machen. Sehr schön. So, ein Salzfüßchen hätten wir schon mal. Was ist da los? Kurzi oder Buch? Oh, Buch. Wir haben ein Buch. So. So, die Kamera muss da gleich auch noch mit rein. Ah, das war das Letzte. Oh, nicht das Letzte. Ja, das war oben noch im Badezimmer auf dieser Duschablage. Also da war ja Badewan. Ah, okay. Ja, perfekt. Dann haben wir ja die Eier schon mal alle. So, falls es jetzt wieder Länge ist. Er hat gerade den Breaker gekillt. Jo, ich bin auch im Weg. Mal gucken, ob er mich jetzt auffrisst. Das ist wahrscheinlich wieder ein Schild, wenn der erst so spät versucht zu handeln. Wir haben aber keine Gefrier noch. Ja, das ist das Komische. Von EMF-Bemfang. Haben wir auch nicht. Ah, es könnte ein Deochen sein. Deochen wahrscheinlich. Der handelt nämlich erst auf 40. Aber wir sind doch auch unter 40. Ja, da liegen ja auch Kruzis. Vielleicht hatte jetzt vorhin auch ein Kruzi gegriffen. Ach, das ist jetzt Intermediate, damit das was schneller geht. Hier beim Esszimmer liegt noch eine Kamera, falls du eine brauchst. Show us. Willst du das sein? Are you here? Ja, der hat einen Kruzi schon angeknabbert. Könnt ihr ja fotografieren kommen, wenn ihr wollt. Ach, ich wollte auch das. Wo bist du? Are you a child? What do you want? Why are you here? Show yourself. Aber wir müssen raus, ne? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you close? Das seht du. Oh nein, die werden hier vorne ein Foto stellen. Ah, zu spät. Herzlicht kaputt gemacht. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? What do you want? Why are you here? Are you angry? Are you a child? Are you friendly? Show yourself. Are you here? Are you close? What do you want? Why are you here? Es nur ein event. Where are you? Show yourself. Put her here. Show yourself. Are you here? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Where are you? Show yourself. Are you angry? Are you friendly? What do you want? Why are you here? Der Fotoapparat liegt da. Das Salz kann auch noch fotografiert werden. Er hat gerade wieder einen Kruzi benutzt. Du kannst ja die Kruzis und das Salz noch fotografieren, wenn du willst. Ich hol mal schnell einen Smutti. Der hat mir jetzt gerade ordentlich die Sanity runtergerasselt. Nimm den Smutti bitte mit. So, das heißt, dort würden es noch sein für den Ofen. Also wir brauchen die Dots eigentlich nicht so spät. Es hundert eigentlich nur in den Ofen. Nein, 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 noch nicht hanken, Geist. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. So. Show us, are you here? Give us a sign. Show yourself, are you here? Schaut mal, dass überall das Licht an ist, wo man den lupen kann. Oh, oh, hier ist das Licht an. Hierher, hierher, in die Küche. Ich seh ihn nicht. Ähm, es ist kein Diochen. Vorsichtig. Ich smutti, lauft ins Versteck. Hey, Ghostie, hier. Hallo, Ghostie. Okay, ich hab ein abgelenktes Kandiochen. Der hat aber spät gehuntet. Ist das vielleicht mal mehr? Könnte mehr auch sein, dass der so spät gehuntet hat. Ja, jetzt ist der Breakout wieder aus. Könnte da echt ein Mehr sein. Ja, ich mach den Breakout jetzt ein. Was fehlt denn noch? Was so denn? Für ein Mehr bräuchten wir noch den Orbi. Ich hol noch mal eine Kamera. Wo ist dieser Orbi? Wo ist er? Wo ist der Orbi? Wo ist der Orbi? Der Raum hier ist aber auch schwer zu überblicken. Hallo. Ja, hallo, guys. Ich seh den Orb. Ich hab den Orb gesehen. Er hat jetzt auch das Licht in der Garage kaputt gemacht. Ja, dann könnt ihr rauskommen. Wir haben alles. Willst du noch die Tarotkarten machen? Oh, nein. Yay. Na, wenn du so fragst, ja. Ja, warte, ich hol schnell noch einen Kutsi. Hangman sterbe ich sofort, ne? Ja, das ist Instakill. Ja. Okay. Also am besten auf den Kutsi da ziehen, falls er da ein Ghost Event macht und von da aus dann handen will. Hier. Ich leg dir da mal ein Smudgy hin. Okay, warte, er hantet jetzt nichts hin. Versteckt euch. Okay, warten wir kurz, bis der Hand vorbei ist, weil dann zieht man nämlich nur Fools, wenn man das während des Hands macht. Komm jetzt nicht hier rüber. Er läuft hoch. Okay. Okay, er ist fertig. Er hat noch Ball gespielt. Okay. Okay, dann kannst du loslegen. The Devil. Ja, jetzt hat er hier auch das Licht kaputt gemacht. Okay. Oh, ist er noch hier. The Hermit. Ja, der eine Sensor ist weg. Ähm, wir haben hier ein Kruzifix, also zur Nutz smudge ich. Ich smudge, lauf! Der ist jetzt ganz fies gespawned. Okay, alles gut. Und dann nach oben, gut. Okay, er ist fertig. Gut. Dann weiter. Dann weiter. Tower. Okay. The Moon. Das. Scheiße. Und eingefürstern. Er ist hinter uns. Er läuft die Tappe hoch. Das Gute ist, hier hört man die eben immer, wie die die Tappe hochlaufen. Ich glaube, das hat er, glaube ich, gehört. Oh, ich glaube, der hat sein Mikro gehört. Okay. Haben wir noch ein Smudgy? Das war der letzte, aber wir können uns ja trotzdem... Egal, ich kassier's. Okay. Dann, äh, mach ich mal weiter. The Wheel of Fortune grün. Sehr schön. Das. Okay, das ist jetzt interessant. Der wird jetzt etwas länger gehen. Oh oh, last known location. Oh oh. Okay, er geht doch nach oben. Ich glaube, er hat sie vorhin gehört, ihre Tastatur oder so. Also, er hat ein offenes Mikro. Aber ich hatte ja noch den Smudge, als der uns zu nahe kam. Weil hier kann man sterben. Das ist kein Safe Spot. Der wirft aber fleißig. Okay, ist vorbei. Das sind jetzt eben Cursed Huns, wegen der einen Deathkarte. Ja. So, dann, äh, ja. Mal schauen. Die Tower. Ja. Die Tower. Die Tower. Du brauchst doch den Hankman. Die Tower. Okay. Schade. Ja. Dann können wir gehen. Abmarsch. Ja. Ja, man kann's ja immerhin mal versuchen, wenn man die hat. Ja. Okay, alle mehr eingetragen. Sie. Dann Abwart. Ja, war ja wieder mal eine kleine Inselhunde gewesen. So, das war ein Meer. Er hat, glaube ich, seine Fähigkeit nicht benutzt. Mein Spiel hängt gerade. Sorry, ich kann euch leider gerade nicht die Statistiken zeigen. Dankeschön. So. Nein, keine Fähigkeit benutzt. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.